Das ist das Spiel Bloxless, was man auf den Nil-i-Pads finden kann. Zuallererst platzieren wir Grundblöcke, die dazu dienen, dass man darauf laufen kann. Jetzt haben wir zwei Monster platziert, die den Gegner bzw. den Läufer aufhalten sollen. Die gelben Dinger sind Münzen, die man einsammeln muss. Jetzt haben wir ein weißes Ziel platziert. Jetzt konfigurieren wir das Ganze. Die gelben Dinger werden zu Münzen. Und die liegeren Blöcke zu richtigen Monstern. Das Ziel wird es gleich am Schluss zu einer Zielfahrt. Zuletzt spielen wir es noch. Danke dir. M FC S K S Vielen Dank.